Moin Moin, hier ist wieder euer Robin Forch. Es ist gerade. 11.04 am 04.11. Gestern am 03.11. war ich für euch für ein paar Impressionen am Essener Hauptbahnhof unterwegs. In meine erste Impression werdet ihr die Einfahrt mit der Nordwestbahn der EF14 von Borgen nach Essen bei der Einfahrt in den Essener Hauptbahnhof erleben. Ja, da ich mich nach den Impressionen nicht mehr verabschiede, mache ich das jetzt hier. Ciao mit V, euer Robin und ein Daumen nach oben wäre natürlich schön. Viel Spaß jetzt mit den Impressionen und bis bald. Jetzt bin ich in der Mitte. Anfahrt Gäste in den Gebieten um rauszusteigen. Sie haben Anschluss in die S-Bahn. Zumindest in die Praxis. Und auf den Bahnsteigungsstern. Und folgen, dass die Allgemeinschaft eine Zuge auf das Bahnhof und sie zu rufen. Ausstieg in die Praxis durch links. Das war's. Das war's. Ja, hier seht ihr einen ICE-3. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Und hier links kommt der Intercity rein. Das war's. 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 Das war's.